Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview einem Sportiv hier auf TV Schwerin. Wir sind heute hier in der Bootshalle der Schweriner Rudergesellschaft gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Martina Otzik. Hallo Frau Otzik, schön, dass wir heute hier sein können. Wir wollen über eine Veranstaltung sprechen, einer Ruderveranstaltung, die bald in einer Schule, in dem Sportgymnasium stattfinden soll. Da sind alle zu eingeladen, was genau ist es bei dieser Veranstaltung, was wird da los sein? Ja, also es ist so, dass die Ruderer einen Spruch haben, dass die Weltmeister der Ruderer im Winter gemacht werden und das Trainingsgerät der Ruderer ist eben das Ruderergometer, was also wirklich viel, viel genutzt wird und sowohl von Jüngeren als auch Älteren als auch den Kaderathleten. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir diese Veranstaltung, wo wir natürlich also die ganzen Ruderer aus Mecklenburg-Vorpommern ansprechen, aber auch die Breitensportler ansprechen wollen, die inzwischen und gerade in Corona-Zeiten haben sich viele eben einen Ruderergometer angeschafft, ihnen eine Gelegenheit zu geben, sich dort zu messen mit den besten Ruderern und vielleicht aber auch einfach, um ein Ziel zu haben, um gezielt auf etwas hinzutrainieren. Und wir versprechen also eine Veranstaltung, wo richtig, richtig Stimmung sein wird. Wann genau soll es stattfinden und wie kann man, wenn man Interesse daran teilnehmen? Die Veranstaltung findet am Samstag, den 25. Februar statt. Sie beginnt um 10 Uhr im Atrium des Sportgymnasiums Schwerin. Nähere Informationen finden sich auf unserer Homepage unter www.schwerinerrudergesellschaft.de. Dort ist also ein Link, wo man sich anmelden kann. Und es gibt also Strecken zwischen 1000 Metern. Das ist so die klassische Strecke im Masters-Bereich auch und auch im Juniorenbereich. Aber auch für Anfänger bieten wir zum Beispiel 500 Meter Strecken. Wir versuchen einen Duathlon auf die Beine zu stellen, wo erst 3000 Meter auf dem Radergometer gefahren werden und dann nochmal 1000 Meter auf dem Ruderergometer. Wir wollen Firmen ansprechen, dass die mit einer Firmenstaffel an den Start gehen. Aber wir suchen auch die stärkste Klasse, die stärkste Schulklasse aus Schwerin, die hoffentlich auch mit vielen Vertretern dort vor Ort sein wird. Also sind quasi komplett alle eingeladen. Jeder kann da mitmachen, wenn er will. Er braucht auch kein Boot oder wie sieht das darin? Was sind die Voraussetzungen dafür? Die Voraussetzungen sind Sportsachen. Man sollte sich vielleicht auch ein Handtuch mitbringen, weil man kommt sehr ins Schwitzen, man kommt sehr außer Atem. Die Ruderergometer werden von Konzept 2 gestellt, sind dann auch auf dem neuesten Stand. Wer Lust und Laune hat, kann sich also nochmal bei uns melden über den Link auch auf unserer Homepage, um vielleicht ein Probetraining bei uns zu absolvieren. Aber wer eben schon mal auf dem Ruderergometer gesessen hat, der wird das also auch sofort hinbekommen, dort eine Strecke auf Zeit zu fahren. Diese Veranstaltung machen Sie ja bestimmt nicht zum ersten Mal. Wie ist es in den vergangenen Jahren gelaufen mit dieser Veranstaltung? Also wir haben ganz klein angefangen als sogenannte Vereinsmeisterschaften und haben diesen Wettbewerb hier als vereinsinternen Wettkampf durchgeführt, haben dann im Jahr 2020 gesagt, wir wollen ein bisschen größer werden, wir wollen das also wirklich einer breiteren Masse anbieten und sind dann das erste Mal im Atrium des Sportgymnasiums gewesen, mussten dann leider Corona-bedingt in den nächsten Jahren die Veranstaltung ausfallen lassen und wollen jetzt da anknüpfen, wo wir 2020 aufgehört haben. Und dort hatten wir wirklich also eine breite Masse an vor allen Dingen Ausdauersportlern. Triathleten waren vertreten, es waren Radfahrer da, es waren Segler da und an dieser Stelle wollen wir anknüpfen, um dann den Schwerinern und in der Umgebung den ansässigen Sportinteressierten eine Plattform zum Leistungsmessen zu geben. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Wenn man den Verein jetzt an sich noch nicht kennt, können Sie uns kurz die Schweriner Rudergesellschaft ein bisschen vorstellen. Seit wann gibt es den Verein? Ja, wie der Name schon sagt, der Schweriner, die Schweriner Rudergesellschaft von 1874, 1875 ist eine der ältesten Rudergesellschaften von ganz Deutschland. Ich glaube, wir sind die zweit- oder drittälteste Ruderverein in ganz Deutschland, haben also eine Historie und haben also auch am Standort Schweriner See eine Geschichte vorzuweisen und werden im nächsten Jahr unser 150-jähriges Jubiläum angehen und werden dieses auch versuchen, mit großen Veranstaltungen und mit vielen Angeboten zu umranden. Ansonsten haben wir einen großen Zulauf an Nachwuchssportlern. Wir haben viele ruderinteressierte Kinder, die Jahr für Jahr neu bei uns einsteigen. Aber wir haben inzwischen also auch eine eine Mastersgruppe, die also auch international wieder an den Start geht oder nur die normalen Freizeitruderer, die sagen, wir möchten abends nach Feierabend hier nochmal über die Schweriner Seen rudern, die sich regelmäßig treffen. Also es ist für jeden ein Angebot da und darüber hinaus also auch noch Nichtrudere, die vor allen Dingen unseren Kraftraum nutzen. Also wir sind da breit aufgestellt und freuen uns über jedes Mitglied. Wir haben inzwischen etwa so 370 Mitglieder. Das ist auch stabil. Das ist auch eine gesunde Größenordnung, die wir hier also auch insbesondere mit unserem Bootspark bewältigen können, sodass auch jeder dann auch immer ein Boot vorfindet, der hier rudern möchte. Frau Utzik, vielen Dank für diesen Einblick in den Verein und für diese Information zu den Veranstaltungen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und wir werden natürlich auch dann dabei sein. Dann können Sie einen Bericht über die Veranstaltung auf TV Schwerin sehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank Frau Utzik. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.